Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein kleinwüchsiger Mann kommt in eine Bar und bestellt einen Schnaps. Der Wirt bringt ihn in den Schnaps, er kippt ihn runter, schüttelt sich und sagt, boah, bei dem Zeck der Wiss zum. Worauf der Wirt meint, Entschuldige, aber bitte keine Beschwerden. Sie sind schon so klein hereingekommen.